Hallihallo mein lieben Homies, Willkommen zu einer neuen Tagesquest von der Sasquid Origin. So, ich habe mit Rädern gesprochen und wir sollen das Banditenlager erreichen und räumen. Und das machen wir jetzt natürlich auch. Also auf geht's Mrs. White. Keiner legt sich hier mit Rädern an, das geht schon mal gar nicht. Was denken die sich auch? Die kleinen Schlingels hier, ja, Feiglinge sind das. So, zwei auf einen Strich, was hier noch einer? Ach, da sind die eigentlichen Übeltäter. Kein Problem, ja, mein Lieben Mom ist kein Problem. Und ihr wisst, ne, immer Kreise laufen, immer Kreise, weil das Kreise laufen. Kreise mit dem Pferdchen hier. Kann sein, dass wir ein bisschen brennen. Aber das macht nichts. Wir sind eh heiße Typen. Deswegen ist es auch kein Problem. Der Strich hat ja heute wieder ab. Kleine Feiglinge hier. Durch den Mann, der rennt sich weg. Weißt du, wenn wir mehrere machen, macht die meine Welle hier. Die geht es noch einmal. Ich gebe ihm Bescheid. Ach, wie sollen wir mit Rädern sprechen? Okay. Und schnell auf Mrs. White und weg hier. Haben wir natürlich unsere Tageskurs wieder professionell gemeistert. So, wenn wir nie was anderes gemacht hätten. Ja, den Puma lassen wir in Ruhe. Aber die nicht. Die nicht. Aber was geht denn hier ab hier? Da kriegen wir das hier. Locker. Locker. Rechtskurve, linkskurve. Läuft der hier richtig bei uns, meine lieben Momis? Ach shit, da ist auch noch was. Meine Güte. Was ist das für ein Weg hier? Sehr schön, wir können sie abhängen. Na ja, gut. Mrs. White ist leider keine Bergziege. Was hier vernünftig rumreiten kann. Aber jetzt sieht es gut aus. Wir haben es geschafft. Aber wir haben auch nichts anderes erwartet. Weil wir einfach Killer sind in diesem Spiel. Achso, heute kommt keine Folge von God of War für meine aktiven Zuschauer, die meine Videos gucken. Damit ihr Bescheid wüsst. Aber dafür kommen morgen zwei Folgen von God of War und eine Folge Resident Evil Revelation. Haben wir auch schon lange nicht mehr reingesetzt, ne? Und wie gesagt, gucken wir mal wegen GTA. Wir schauen einfach mal. Erstmal zu Reda hier. Hey, Reda. Hallo, wie versprochen. Na, was bekommt man schönes? Ein weiteres Schwert, Klinge der Unsterblichen. Okay, ein seltener, einfaches Schwert. Alles klar, Dankeschön, Reda. Auf jeden Fall, meine lieben Homies, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Tagesfest. Auf Wiedersehen.